In den schlafenden Riesen Sleeping Giant Inn Ich glaube das liegt an den Mods dass das jetzt englisch ist, aber Ich glaube euch ist niemand gefolgt Kommt, ich habe einen Plan Ich frag mich wo die Musik herkommt Nichts interessantes Na gut, ich glaube die Tischdeckso ist vielleicht auch geändert So, Kleiderschrank und Schließen, falsche Rückwand Kommt ihr nicht mit? Ah, Drex-Handy Und wie lautet euer Plan? Wie soll ich mich in die Botschaft der Talmoor einschleiten? Für diese hochriskanten Aktionen ist er nicht der richtige Aber er kann euch helfen Er heißt Malborn Ein Waldelf Hat jede Menge Gründe die Talmoor zu hassen Ihr könnt ihm vertrauen Ich werde ihm ausrichten lassen dass er euch im zwinkernden Scewa treffen soll Kennt ihr den? Währenddessen versuche ich euch eine Einladung zu Elinvens kleiner Feier zu beschaffen Trefft mich bei den Stellen von Einsamkeit wenn ihr alles mit Malborn arrangiert habt Noch Fragen? Ok, ok Äh, wer ist das? Macht euch keine Sorgen wegen Malborn Er ist nicht so gefährlich wie ihr Aber er hasst die Talmoor mindestens so sehr wie ich Er ist ein Waldelf Bei einer dieser Säuberungsaktionen in Wallenwald von denen wir niemals etwas hören haben die Talmoor seine gesamte Familie ausgelöscht Zum Glück wissen sie nicht, wer er wirklich ist Sonst würde er bei den Feiern der Botschaft keine Getränke servieren Wie komme ich auf diese Feier? Nein, oh Mann Das spannt so rum wenn man mit der Maus und der Tastaturauswahl Das ist echt brutal Ihr erhaltet eine echte Einladung, keine Sorge Solange ihr die Rolle eines Speichelleckers der Talmoor spielen könnt werdet ihr an den Wachen vorbeikommen Und was mache ich, wenn ich es in die Botschaft geschafft habe? Dann geht der Spaß erst richtig los Ja, dupe Ihr müsst euch von der Feier davonschleichen, ohne Verdacht zu erregen Dann müsst ihr Elendwands Büro finden und ihre Akten durchsuchen Malborn kann euch sicher sagen, wo ihr suchen müsst Okay Ich werde euch in Einsamkeit sehen, nachdem ich Malborn getroffen habe Gut, seid vorsichtig Okay Machen wir So Immer wiedersehen Jetzt haben wir sie eingesperrt Ich finde das cool, das ist richtig schön so Narnia-Style Oh, hallo Braucht ihr ein Zimmer? Sprecht mit Delfin Getränke für die Durstigen Speisen für die Hungrigen Na gut, passt Point, danke Bis zum nächsten Mal Tschüss So Joa Äh, treffen Melbourne in Einsamkeit Nächstes Mal irgendwann anders Das, das, das weiß ich noch, was da Boah Ich weiß nicht, warum, aber ich hab das irgendwie gehasst, ohne Mist Und da muss ich hin Festung am Mohl, kennen die nicht Soll ich da hinreisen? Da hin und bis da hin? Oder da hin und bis da hin? Ich denke fast von der Luftlinie her ist das kürzer Geh mal mit da hin Der Legende nach kam die Nordwohnung Soll ich lesen können, was? Oh, ey, super Schwedern Drache Wo ist er denn? Da vorne irgendwo, glaub ich Nein! Man sieht richtig wie der Flusspeitscher Ne, ich will den Drache töten Komm her, Drache Marder soll mich jetzt mal angreifen Ich will den Töten Ich denke, ich müsse ihn halt nur einmal treffen Weißt du, hast denn mein Kroppler Der würde mich töten Greif ich dir mal an Soll ich mal schreien? Wo ist Rota? Hallo, guck mal, hier ist ein Drachenblut Der dich töten will Du sollst dich wehren Und mit Wehren meine ich eigentlich direkt bis zu mir hinfliegen Damit ich dich schön abknallen Oder abstächen kann Aber irgendwie hat er wohl keinen Bock drauf Ach, scheiß auf Davor muss ich Ist nur die Frage Welchen Weg am besten da rechts muss einer sein? Hier Ah, genau hier Dann reiten wir mal geschwind bis dahin Ja Dann reiten wir mal schreien So, fast da, glaube ich, oder? Was ist das für ein Viech? Ach so Ich denke gerade, was ist denn das für ein Fisch? Ah, genau, da vorne geht's rein Guck mal Verstecktes, verlorenen Messers entdeckt Oh, fuck Bleh Shit Erstmal Quick Save Und direkt Waffen zücken Weil ich die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Sicherheit hier brauchen werde Und direkt Waffen zücken Weil ich die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Nein, verdammt Nein, verdammt Stahlpfeil, bla, bla, bla Pass Hallo Wo ist die Leiche da vorne? Eisenfallkerker-Schlüssel Zinkkäse-Ecke, Brot Perfekt Wieder ein bisschen Proviant Lavendel Eine Zutat Für irgendeinen komischen Trank Ich glaube, da sind die Texturen auch anders Ach guck mal Die haben mich ja noch gar nicht entdeckt Idioten Ja, fetzig Killcamp mit Pfeil und Bogen Habe ich so auch glaube ich noch nie gehabt Oder vielleicht ein, zweimal oder so Aber das weiß ich doch jetzt nicht mehr Eisenpfeil und bla, bla, bla Da oben lag noch die noch Worte und Philosophie Zwei Hände nicht verbessert Ja, lol Nein, kaiserlicher Bogen Was mache ich? Was mache ich für einen Scheiß? 14 und 13 Oh, echt? Der Bogen hat 13 Damage? Scheiße, jetzt habe ich ihn weggeschmissen Scheiße Egal Map, 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 Map Davor muss ich Ach guck mal, da geht's ja lang Noch ein Quick-Sulf Sehr gut Behalte ich gerade mal Pfeil und Bogen Gold, Granatstein Bla, bla Okay, passt Ui, nicht schlecht Stylo Milo, oh Stimmt, äh, ich muss das alleine machen Oh, oh Was? Fölf, fölf Das sind solche Flaschen, Alter Die sind nach einem Fall schon tot, ey Solche Flaschen Oh, guck mal Oh, guck mal Oh, oh Weiß, aber Hauptsache Ich kill den sowas Wart Ne, komm, wir braten dieses Grut jetzt mal So Durchsuchendruhe So, hinsetzen Stuhl Bla, bla, bla Fass Grüne Äpfel Und Salz Äh, gut Dann müssen wir wohl Nach da Vorne Irgendwo Hey, warum stecke ich die Waffe weg, ich Idiot So, da vorne Guck mal Ich verstehe das nicht, warum der doppelten Schaden macht, nur weil die mich nicht entdeckt haben Guck mal, also da muss ich hoch, dann nehme ich hier die nur aus Legenden, bla, bla Kann man mal lesen Vielleicht bringt es was Vielleicht bringt es irgendwie nochmal leveln oder so Ne, okay Weg damit Gold, Hawkerfleisch Orkischer Bogen Guck mal Der müde Schreit Den fand ich eh irgendwie nicht so geil Der, weil, äh Boah, ich Keine Ahnung Irgendwie verzauberte Sachen Nicht so mein Ding Beziehungsweise, was heißt nicht so mein Ding Die muss man halt immer aufladen Das ist für mich ein bisschen nervig Mh, deswegen Erstmal, nö Fass, Wacholderbären Ui Gleich mal essen Anfälligkeit für Feuer Super, ey Na super, ey Lost Knife Hideout Sieht aus, als würde der Boss wieder loslegen Wieso Was macht er dem schon wieder Def Over dem So Short process Ja, wahre Nords Geben nie Kleinball Gnade Halt mal mit mal Eisenpfeil Kupferdial dem Oho Fasan Kaninchen Mh, lecker Knoblauchzopf Guck mal Noch mal Kaninchen Fasan Und Fasan So, jetzt wäre auch mal ganz interessant Wo ich lang muss Da oben wahrscheinlich Ich bin